Limonzi Schwarzer Tee mit Zitrone und Ganoderma-Extrakt Manchmal hat man keine Zeit für eine traditionelle japanische Tee-Zeremonie, auch wenn man Tee liebt. Für solche Gelegenheiten ist Limonzi, das aus fermentierten Teeblättern, Zitronenpulver, Ganoderma-Extrakt und Zucker besteht, perfekt. Dieses Getränk ist eine ausgezeichnete erfrischende Limonade, wenn es im Sommer kalt getrunken wird. Das Verdünnungsverhältnis ist willkürlich, wenn du es also zu süß findest, kannst du es mit mehr Wasser verdünnen. Forschungsberichten zufolge ist Tee reich an Antioxidantien wie Flavonoiden und Polyphenolen, die Zellen und Gewebe vor Schäden durch freie Radikale schützen. Zusammen mit den fast 400 Wirkstoffen in den Ganoderma-Pilzen hast du noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Und das alles in einem leckeren Instantgetränk, das jeder in Sekundenschnelle zubereiten kann, sogar auf einer Wanderung oder bei einem Ausflug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017